Gefreut hat sich auch Roger Federer über den Davis Cup-Sieg gegen Italien und zwar so fest, dass er anschliessend bei einer kleinen Feier mit den Fans richtig Gas hatte. Von dieser Feier ist jetzt auf YouTube ein Video aufgetaucht und das zeigt, dass Roger nicht nur ein erstklassiger Tennisspieler ist, sondern sich allenfalls auch als Sänger würde eignen. Wer ist der Beste? Wer ist der Beste? Wir sind die Beste! Wir sind die Beste! Better than the rest! Better than the rest! See you soon! See you soon! On the moon! On the moon! See you soon!